In diesem Beitrag geht es um Glücksspielsucht und wie sie zu erkennen ist. Sie er- und anzuerkennen bildet die Grundlage für eine dauerhafte Besserung. Sucht ist eine seelische Erkrankung, bei der Männer und Frauen Drogen, Alkohol und eine Aktivität wie Glücksspiel oder Sex verwendet werden, um zwanghafte Verhaltensverhalten zu unterdrücken, die das Leben zerstören können. Es gibt viele Anzeichen für eine Glücksspielsucht. Anzeichen, nach denen sie Ausschau halten können, wenn sie den Verdacht haben, dass sie selbst, ein Freund oder Angehöriger, spielsüchtig ist. In diesem Beitrag geht es um Anzeichen für eine Glücksspielsucht. Hallo, Carsten Nowak, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Als Therapeut helfe ich Menschen mit Ängsten und Angststörungen, in Berlin und online. Kann Glücksspiel zur Sucht werden? Sucht ist nicht nur auf den Missbrauch von Alkohol und anderen Drogen beschränkt. Es handelt sich bei Glücksspielsucht um einen unkontrollierbaren oder sich so anfühlenden Drang an einer Aktivität teilzunehmen, die ein inneres Verlangen befriedigt, das sich aus einer ungesunden Verbindung entwickelt hat. Anstatt zu Drogen und Alkohol zu greifen, werden einige Menschen sich dem Glücksspiel, Sex oder anderen Aktivitäten zuwenden, die ihnen ein besseres Gefühl versprechen. Eine Glücksspielsucht kann Männer und Frauen, Menschen, jeden Alters, jeder Zugehörigkeit, jeder Religion betreffen. Wenn sie gewinnen, wird das Belohnungszentrum ihres Gehirns stimuliert, was zu einem ähnlichen Hochgefühl wie bei Drogen führen kann. Wenn die Spielsucht nicht behandelt wird, kann sie dazu führen, dass sie immer riskantere Wetten eingehen, was zu ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten führen kann. Zu den häufigsten Gründen, die zu einer Glücksspielsucht führen können, gehören Persönlichkeitsstörungen oder zwanghafte Verhaltensstörungen, der Nervenkitzel, den das Eingehen von Wetten oder das Gewinnen hoher Geld zu um mit sich bringen und der soziale Status, den ein finanzieller Gewinn mit sich bringen kann. Gruppenzwang, sozialer Druck. Was sind die Anzeichen für Glücksspielsucht? Es kann schwierig sein zu erkennen, ob die Spielgewohnheiten einer Person normal sind oder ob ein Problem vorliegt. Zwanghafte Spieler können nicht aufhören, selbst wenn sie große Summen verlieren. In sehr schweren Fällen beschaffen diese sich auf bedenklichen Wegen Geld, um weiter zu spielen zu können. Hier sind einige weitere Anzeichen für ein Glücksspielproblem, auf das sie achten können, wenn sie den Verdacht haben, dass sie ein Freund oder Angehöriger mit einer Glücksspielsucht zu kämpfen hat. Die Spielleidenschaft beschränkt sich nicht auf gelegentliche Kartenspiele, Spielautomaten, Sportwetten und andere gängige Glücksspielformen. Betroffene wetten oft auf alltägliche Aktivitäten, nur um den Nervenkitzel des Glücksspiels zu spüren. Sie können nicht aufhören zu spielen, obwohl sie pleite sind. Sie nehmen Kredite auf, um ihr Spiel zu finanzieren oder sie leihen sich Geld von Freunden. Betroffene reagieren unruhig oder gereizt, wenn sie nicht spielen können oder nach ihren Spielgewohnheiten gefragt werden. Rechnungen werden häufig verspätet, bezahlt man überhaupt. Gelegentlich kann es zu unverhofften Geldgewinnen kommen, doch auch dann kehrt keine Beruhigung ein. Ganz im Gegenteil. Sie lügen über ihr eigenes Spielverhalten oder unternehmen große Anstrengungen, um es zu verbergen. Ja und? In einigen Beiträgen von mir geht es um die Ursachen von Glücksspielsucht und welche Möglichkeiten zum Umgang bzw. zur Auflösung existieren. Es handelt sich meist um eine Herausforderung sowohl für die Betroffenen als auch für das Umfeld. Oft ist die ganze Familie betroffen. Nur die gute Nachricht ist, es ist schon vielen Menschen gelungen, sich davon zu befreien und ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu finden. Also es lässt sich einiges tun. Gibt es eigene Erfahrungen mit Glücksspielsucht, Fragen und andere respektvolle Kommentare? Bitte, dann tauschen wir uns aus. Carsten Nuack, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen wir auf uns und jene auf. Und zum Herzen links.